Hi und willkommen zu einem weiteren Gameplay-Video von Helldivers 2. Ah, und ja, was soll ich sagen? Eigentlich möchte ich heute, zumindest in diesem Video, wollte ich hier den letzten Spielkeitsgrad mal so ein bisschen antesten. Den habe ich mir mit ziemlich viel Mühe und Frust quasi gestern aus meiner Wahrnehmung, also Dienstag, Mr. 15 gewesen sind. Ja, fünfte, dritte, da habe ich mir den Kramphaft freispielt, aber Kramphaft lacht nicht mal daran, dass die Runden so schwer waren, sondern weil das Spiel in einer Tour nur am Abkacken war. Sechs Runden habe ich gespielt und immer, viermal, ja, viermal von den sechs Runden, immer am Ende ist es abgestürzt. Alter, das geht mir eben ja sowas von auf den Zeiger. Alter, müssen die Entwickler ganz dringend was machen. Ich meine, ich habe das Spiel hier gerade angemacht und es kam zumindest eine aktuelle, Aktualisierung, ich wüsste jetzt nicht, ob das ein richtiger Patch war. Da ich meine Playstation ja auf Standby hatte, die lädt das dann einfach mal in den Hintergrund. Kleine Peilung habe ich mir jetzt, da stand noch nicht da, irgendwelche Patchnotes, vielleicht ist es auch einfach nur so In-Game-Aktualisierung. Aber wie ich gerade sehen konnte, als ich hier mal kurz richtig gestoppert habe, gibt es da ja auch schon wieder einen neuen persönlichen Befehl, 500 Terminen platt machen. Oh, jetzt sehe ich auch gerade mal beim Generalbefehl, die haben ja da ein bisschen was zurückge... Juhu, das war doch eigentlich schon erledigt. Angels Venture, okay. Na gut, dann weiß ich ja zumindest, wo ich rin muss. Ja, also ich finde das Spiel ja eigentlich immer noch mega, aber das mit den Abstürzen, es macht ja doch schon Spaß, in die Runden reinzuspringen, obwohl die eigentlich an sich alle sehr stupide sind. Weil wenn man so ein paar Mal gespielt hat, sind die Missionsaufbau selber, ist ja doch immer ein bisschen öde. Weil wenn ich dann irgendwann zum dritten Mal hintereinander irgendwo eine Rakete gestartet habe, naja, dann haut ihn das irgendwann auch nicht mehr so ernst vom Hocker. Ja, obwohl es zwar cool aussieht, aber der meiste Spaß kommt dann doch am Ende immer einfach nur, weil ich springe, wo schnelle Spiele meistens einfach nur irgendwo rin, durch das ganze, sag ich mal, Kampfchaos, was da streckenweise entsteht. Da kommt eigentlich auch der meiste Spaß, finde ich. Also das macht das Spiel echt super. Nur technisch. Ja, wie gesagt, da könnte ich mich in einer Tour nur aufreden. Äh, gut. Aber bevor ich da so eine Mission starte, diesmal werde ich es ja, glaube ich, direkt in starten, weil normalerweise, wie eben schon mal erwähnt, springe ich bloß so ins Spiel rin. Also ich habe kein festes Team oder so, ich zack einfach nur mal so, so wie mal ein bisschen Zeit ist. Aber heute wenigstens immer selber starten, weil gestern halt ja wirklich furchtbar war mit den vier Abstürzen. Das zieht mir sowas von auf die Nüsse, sag ich mal. Kann ich denn überhaupt hier noch irgendwas freischalten? Nö. Ja, also, weil es mich so gestört hat, weil ich dann wohl noch mal eine Mission selber starten, mal gucken, wie weit ich komme. Ich denke mal bestimmt nicht extrem, außer ich habe Glück und es springt noch einer mit drin, die etwas besser sind als ich und können mich ein bisschen ausgleichen, weil ich möchte eigentlich hier, wenn es nach mir geht, hier bloß mal die Ressourcen an, damit ich hier diesen erweiterten Waffenlager noch freischalten kann. Dann habe ich nämlich noch eine 500-Kilo-Bombe-Extra, zumindest laut der Beschreibung. Ja, das finde ich ja erstmal supi. Oh, gut, 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 gut. Dann haben wir das. So, weil ich da jetzt aber in erster Linie erstmal solo rinspringe, müsste ich mich auch darauf vorbereiten, weil ich kann ja jetzt nicht garantieren, dass da eh noch ein Rack kommt. Oh, ich mache als erstes den Termiden. Also, ich will Helldive, den Schwierigkeitsgrad, ich will immer ein bisschen auf Termiden, also mit Termiden versuchen und immer irgendein Roboter. Aber mit Termiden werde ich dann wohl erstmal anfangen. Oh, da ist die Breaker eigentlich ganz gut. Granaten, ja, ja, gut, erstmal ist okay. Äh, Panzerung. Oh, weil ich ja erstmal eigentlich da alleine rumeiere. Auf der Karte platzierte Markierungen erzeugen alle zwei Sekunden Radarscans, verringert die Reichweite, in der Feinde den Träger entdecken können. Ne, das klingt doch ja auch nicht so falsch. Ja, die müssen mich nicht unbedingt gleich sehen. Ich glaube, alleine gegen das eine ganze Horde auf Dauer ist dann wohl auch nichts. Passt denn mein Helm überhaupt zu diesem Anzug? Ja, mal gar nicht. Ne, das können wir nicht machen. Nehmen wir den. Gut, dann haben wir das. Das ist ausgewählt. Brächt' ich noch irgendwas? Ach, genau, ich wollte ja mal noch schauen. 17 hier im Überstore. Ich hab mir noch so viele Punkte. Hat sich noch nie aktualisiert. Das hatte ich mir gestern mal gegönnt. Noch 19 Stunden. Stand das nicht gestern schon da? Ist ja öde. Verringert den Rückschluss in der Hocke. Ja, da ist aber das Techniker-Ding, was ich habe, schon besser. Hm, komisch. Ne, der Helm ist ja hässlich. Ne, der ist doch ganz cool. Ne, ne, hab ich mir ja auch besorgt. Gut. Okay. Hier noch rum, der Eiertjahr. Oh, mehr kann ich machen? Dann muss ich mir wohl mal eine Mission aussuchen. Oh. Oh, dann kann man ja auch eigentlich bei Angels Venture rübenglotzen, ne? Dann kann ich da vielleicht, ne, nur vielleicht, noch einen kleinen Beitrag zu leisten. In dieser Welt wimmelt es von widerlichen Terminiden. Ja, ja, alles schön und gut. Siehst du, das finde ich ja auch ganz schlimm. Es ist eigentlich das erste Mal, dass ich das so mache, weil ich ja sonst nur reinspringe. Wenn hier so eine, das ist ja immer so eine ganze Operation, da musst du ja gleich mal dreimal hintereinander abschließen. Das war eine ganz schöne Quälerei, weil ich wollte ja die Spielkeitsgrade fertig machen. Da musst du eh mal das hier komplett abarbeiten. Oh, ich hatte beim Reinspringen ein bisschen Glück, dass ich immer auch schon bei der letzten Mission mit drin gefeuert bin. Und dann, naja, so konnte ich das ein bisschen umgehen. Was haben wir hier? Geostudie durchführen. Mhm. Er hat volle Daten beschaffen. Oh, er muss so viele Plätze aborbiten. Notfallevakuierung. Iiiiih, macht es mir nicht zu kompliziert. Na, zeig mal an, wie funktioniert das? Ah, da muss ich das ganze Öl da besorgen. Oh, Kacke. Termineneier allein ist auch blöde. Okay, die Missionen sind ja anscheinend alle nicht eins ohne. Was haben wir hier noch? Hm, er hat volle Daten beschaffen. Hm, okay. Mhm, mhm, mhm. Och, das ist ja bei Nacht. Nee, Nacht will ich nicht. Weil Nacht, äh, ist schon, ja, schon so oft gemacht. Ich will auch mal was Sehens abwechseln. Auf ein einziger Sieg und die Operation ist abgeschlossen. Welche Operation? Hab ich denn in der Nähe gestartet? Von welchem Spieß? Nee, in der Linksbrüder springen. Das mach ich selber. Gibt's nur eh ne Tag-Missionen? Das ist ja frustrierend. Hm, tja, mach ich denn da jetzt am tippsten? Ah, Notfall-Evakuierung. Ah, das ist alleine auch immer so. Ja, kritisch, kritisch. Na, weil ich würde doch ne Nacht-Missionen nehmen müssen, wa? Wo ist denn jetzt das andere hin? Möge der Feind den Zorn der Freiheit spüren. Boah, das ist ja auch eklig. Brutplätze auslöschen, Aline, ist das doch kacke. Hm, ich kann mich gerade, ist doch hier nicht so richtig entscheiden. Das ist scheiße. Okay, mit was würde ich denn anfangen? Und dann einfach mal hoffen, dass irgendwer rinspringt? Und dann kann ich ja vielleicht noch die ein oder andere Mission starten. Hm, okay. Ach so, da muss ich ja Shuttle-Torff laden. Oh, das ist so ätzend. Ach, was soll's. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was dabei rauskommt. Hm, hm, hm. Oh, ich hoffe, das wird nicht... Ich hoffe, das wird nicht zur Fülldrama. Ich hoffe, ich komme überhaupt weit. Nicht, dass ich hier schon nach drei Minuten komplett down bin. Tja, irgendwo immer blind rinspringen ist dumm. Das musste ich leider schon lernen. Weil wie oft bin ich schon irgendwo gelandet und dann zack. Mit einem leugnen Dreckhaufen. Voller Gegner. Oh, ich seh's doch schon überall blinken. Furchtbar. Ähm, machen wir's da. Ich hoffe nur, dass der Kinner rumkraucht. Hm, was packe ich denn da in? Auf jeden Fall meine 500-Kilo-Bombe. Orbitallaser ist hier eigentlich auch nicht blöd. Und was hab ich hier noch? Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Waffen bräuchte ich ja auch noch. Hm. Was ist nämlich schon da mit? Ah, nee, hab ich... Ach, die Raketendinge hab ich noch nicht richtig freischaltet. Das ist eh ne. Ach, kacke. Automatische Kanone. Tja, jetzt kann ich mich jetzt schon mal los. Ich kann mich schon mal ingescheinen. Nehme ich die mit? Ja, warum? Ja, was haben wir hier? M.G. Schützer hat vorhanden auf Ziele und dann hätte er ins Kreuzfeuer geraten. Hm, 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 hm. Was? Munition oder große Zinserfeuer? Erfordert Abstriche bei Beweglichkeit zugunsten der von Reichweite und Durchschlagskraft. Tja, hier werden wahrscheinlich auch größere kommen. Was macht man da am dümmsten? Ach, ich nehm's einfach mal mit, so zu gucken, oder? Was kann man hier? Ich hab eigene Sachen hier noch nicht so richtig ausgetestet. Okay, denn doch. Bezieht vorrangig auf größere Feinde? Ja, gut. Machen wir. Und was kann ich mir hier auf dem Boni mit inpacken? Hm, hm, hm. Radarreichweite aller Heldalvers. Na, ist jetzt für mich nicht so. Ja, machen wir das. Start initiiert. Na gut. Bin ich mal gespannt, was das jetzt hier für ein Drama wird. Mensch, das lädt jetzt auch lange. Denk an deine C01-Lizenz, bevor du Handlungen verführst, die Kinder zufolge haben können. Okay. Oh, schön, man. Level bei Tafi sehen. Sollen Sie kämpfen? Sollen Sie die unbezwingbare Macht der Helldivers spüren? Markiere Position. Ja, was war ich denn? Ach, Schild hätte ich ja noch mitnehmen können. Wenn ich dummbeutel. Naja, gut. So, okay. Äh, das markieren ja mit diesem scheiß Touchpad. 100 Meter. Ätzend. Ja, hauptsache, das sind keine Gegner. Oh ja, wir haben ein abgestoßtes Schiff. Wir sind jetzt hier schon wieder Gegner. Ich hab noch gar nichts gemacht. Ich höre das nur. Das finde ich ganz gut, da hinten. Was ich im Fernglas will, würde ich auch irgendwie cool finden. Oh. Was? Oh, wer? Oh, so ein Elend. Was? Wie schnell hat die gar mich jetzt gekillt? Anfrage bestätigt. Verstärkung wurde ausgeschickt. Ja, logisch. Das sieht ja prima los. Das ist ja jetzt was für mich. Oh ja, hier. Fress das. Was? Muss ich erstmal meinen Scheiß wiederfinden? Hey, warum brauche ich das so schnell tun? So schnell hab ich das immer noch nicht gesehen. Oh, na, klasse. Das ist ein ganz großer. Letzter Start. Nee. Oh, der ist immer noch da. Sag gerade, renn doch nicht weg. Ich bin hier. Oh, oh. Ah. Oh, die braucht für zu lange. Scheiße. Oh, das war klar. Der stand hier richtig drinnen. Oh, es stimmt den hier mit den Leuten nicht. Okay, also. Das wird ja der totale Krampf. Und vor allen Dingen schön meine 500-Kilo-Bomb mit Asylos versemmelt. Ach. Wozu hab ich eigentlich einen Anzug ausgewählt, damit die mich nicht so schnell sehen. Oh. Sag mal, die spawnen noch direkt neben mir. Jetzt hör doch auf zu rennen. Das ist ein blanke Scheiß. Meine Fresse. Ich bin gerade mal in die Runde gestartet. Ja, logisch. Oh, das stört mich auch ein bisschen an dem Spiel. Man hat nie eine Chance, irgendwie mal zu flüchten. Oh, das Ekel ist ja auch noch da. Hä? Hä? Was, 23 Sekunden? Okay, das ist ein bisschen sehr lang. Oh. Lauf. Boah, jetzt hab ich meine Knarre auch nicht mehr. Scheiße. Ja, frisst den Scheiß. Auch das ist schon der Nächste. Äh, renne. Wo ist der hin? Ist der kaputt? Hab ich die wirklich mit meiner Granate gekillt? Oder hab mein Pott den gekillt? Ich fange jetzt auch nicht, ob das wie so ein Ochse im Kreis ist. Äh. Magazin leer. Oh. Natürlich ist hier noch ein Backloch. Na, logisch. Oh, Leute. Hey, das setzt mal nicht aus. Okay, also, dass ich das Solo spiele, ähm. Ja, ich glaube, das kann ich auch so was von knicken. Ich hab ja hier noch gar nichts hinbekommen. Oh. Oh. Okay. Nochmal auf ein Neues. Natürlich muss der Ochse-Mäck jetzt hier mit mir rumrennen. Oh, haut alle ab. Scheiße, hier. Oh. Ernsthaft. So, ich hoffe, hier kommt das Kerl noch so schnell hoch. Bereit zum Protektor. Ja, natürlich ist jetzt meine 500-Kilo-Bombe auch wieder weg. Ey, es werden ja mal mehr. Okay, den hab ich mitgenommen. Was? Das steht noch? Ich bin doch voll auf den hier landet. Ich sehe nichts. Ich falle den noch ein Backdurch. Probologisch. Freiheit weint, und Demokratie hebt das Schwert der Rache. Okay. Alles klar. Also, Helldiver so alleine. Also, auf Helldive alleine. Ich glaube, das sollte man sich sparen. Ich hab ja jetzt nichts gepackt gekriegt. Aber rein gar nichts. Geschebendes Verhalten. Autsch, ich weiß ja nicht, wie die das andere machen. Wie die das hinkriegen. Ich hab ja jetzt hier so derbe auf die Schnauze gekriegt. Das hing ja gar nicht. Mh, da werde ich's gut denn doch wohl nochmal mit schnelles Spiel versuchen müssen. Das war ja jetzt voll Katastrophe. Autsch, 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 Autsch. Gut. Okay. Das ging mir mal so volle Bude nach hinten los. Ah, ich hab mal keine Kohlen, um die Plasma-Kamera freizuschalten. Befreiung beistehen. Ähm, okay. Mal gucken, wenn ich versuche, irgendwo hinzuspringen. Das war ja ganz furchtbar. Ich war noch nicht mal richtig da, ey. Mal gucken, ob die mich überhaupt drin überhalten wollen. Sind die schon eingestiegen? Oh ja. Ja, ich komm ja schon. Ich bin bemüht. Wie wär's hier? Ach, da hinten. Schön. Wie wär's hier? Äh, okay. Definitiv wieder das. Äh, Laser. Äh, Schildgenerator. Definitiv. Äh, jetzt brich ich eigentlich noch ne Knarre. Tja, jetzt kann ich mich auch nicht entscheiden. Ich bin ja mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich hab ja mal so ein Glück, dass ich jetzt hier so ein richtig krasses Team habe. Weil ich hab auch schon Leute gesehen, die sind alleine. Irgendwie haben die die halbe Map abgegrast. Und man selber hat sich so der Hungereier bei den Jungen stehen gekriegt mit den anderen drei Mannen. Manchmal schon eigenartig. Ich hab's doch schon so oft, dass die Gegner, weiß ich nicht, als wer, gleich für die Magneten nur auf mich gerannt sind. Warum auch immer. Natürlich, das ist genau so, wie ich mich das vorstellt. Gleich ein Gegner, gleich vorm Lachse. Äh, ich schaffe das. Erwartet Taktikpaket. Erwartet Taktikpaket. Taktikpaket. Oh ja. Ich schaffe das. Oh, ich hab erstmal ein bisschen Schutz. Okay, die machen das schon. Ich gehe nicht mal stark von aus. Oh. Mal gucken, können wir gleich noch was einsammeln. Ich hab alles voll. Gut. Und dann folge ich einfach mal den Jungs. Hm, Backlöcher, schön. Backaufsposten entdeckt. Magazin leer. Magazin leer. Schicke einen Adler rein. Blut und der Sitzung. Wollen wir gleich schon wieder einen Adler? Oh. Oh. Schicke einen Adler rein. Ich lade aber zu früh nach. Magazin leer. Magazin leer. Natürlich. In Deckung. Granate. Ich will keinen auszusehen töten jetzt hier und gleich am Anfang. Magazin leer. Hey, geh weg. Naja, ich gehe mal los zu den Kollegen. Bist du sicherer? He, he, schöne Beine weggerutscht. Ach, Muni, auch schon wohl auch fast alle. Meine Fresse. Ich will noch mal jetzt. Soll ich noch nicht so verbraten? Oh. Nee. Magazin leer. Nee. Entdeckung! Magazin leer. Stress. Gleich zum Start. Das kann ich leiden. Munition alle. Ach ja, das ist jetzt natürlich ein Rischermist. Magazin leer. Ist ja alles leer. Ach, hey. Oh. Habt was gefunden. Oh, jetzt verteilen die sich über alle auch noch ist. Ja. Scheiße. Das ist natürlich Mist, wenn man keine andere Waffe hat. Ah ja, logisch. Das lässt mich erst mal hier mein Zeug einsammeln. Bäh. Nachladen. Okay, alle leben noch. Schön. Fünf Minuten durchgehalten. Super. Toll. Jetzt der Vorräte. Ich weiß noch. Fäll ich einfach dem hier ein Teuer? Mach ich. Äh. Äh, wie bestätigt man das? Ach so. Nur loslassen. Gut, alles klar. Was schmeißt der? Oh, natürlich hieß der Level am Backloch. Oh, ne Kindstockkotz. Ne, der kam jetzt aber fix. Oh, das ist ja gleich noch so ein großer Scheiße. Äh. Nein. Kotz, kotz. Spring. Oh, ne gleich zum nächsten. Fuck. Das war dann wohl zu viel des Guten. Fein, dann musste ja auch unbedingt gleich so ein riesen Vieh kommen. Okay, die Jungs machen hier eine ganz stille Runde. Äh. Hat er die jetzt hier alleine gekillt? Ach nee, da hinten. Er hat sich ja geschützt. Oh, jetzt dreht der um, oder? Oh, wie geht denn der? Okay, eh, noch ist weg. Äh. Äh. Schicke ein Adler rein. Geh weg. Natürlich, dann ich mitten in so'n scheiß Eierhaufen. Oder Pilze, was ist auch immer da stehen soll. Ist er jetzt schon hin? Hey, die sind doch kaputt, du blöds Vieh. Ich nehme das. Boah. Äh. Nein, das ist ja nur Stress. Und da ist ja schon wieder so ein Ochse. Ich sag doch, ich hab die Kretze am Hals hier. Boah, ich muss den Ring hin weg. Das kann hier nicht bleiben. Äh. Ah, was mich auch ein bisschen nervt in dem Spiel, sieht nie irgendwas, damit man vernünftig fliegen kann. Das ist total ätzend. Ja, krank, 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 schnell, schnell, schnell. Jetzt noch hier mal etwas öffnen. Oh, was ist denn nun, Schubbler? Sicher nicht genug Probleme. Oh, scheiße, Ströp. Oh, noch mehr Eier? Oh, ja, klar. Na wohl doch, der Hauch, der müssten die doch ablenken, oder? Äh, äh. Das stirbt doch. Ja, schade! Ich bin mir schön aufs Behen. Ist die doch kaputt? Nervig. Oh, der Kretzer ist leer. Worg aus, die Faustmänner. Ohne Rechnung, Verwichtung. Ja, er geht weg. Na, natürlich ist ja... Oh, ich muss ja weg. Ähm, muss ich sagen, das habe ich auch gerade noch nicht gescheißen. Oh, fuck. Wo kommt der denn jetzt schon mal einer? Boah, diese Viecher. Ich sag doch, ich bin wie ein Magnet für die Dinger. Guck's dich an, der hat hier in so einem Riesenhaufen stehen. Sag mir den Feind! Äh, wo ist jetzt mein Kram? Nervig! Äh, so, wo ist jetzt hier mein Zweig? Ich bin doch hier gerade erst ab in dem Bild. Äh, äh, der Latte auch hoch nach, Kollege. Mann, oh Mann! Stress! Ja, das ist nicht mehr! Boah, die Stahlwert liegt auch nicht mehr hier. Auch mein Schildgenerator war auch noch ewig. Okay. Nee, kommt der her? Nee, gut. Der nutzt sich das erledigt. Ja, bitte Luftunterstützung! Meine Fresse, war das jetzt nervtötend. So, aber müsste mein Feuchel nicht evolieren? Da ist es doch! Stress! Purer Stress! Wir sind ein wenig, die Oma! Magazin! Magazin leer! Noch eine Minute, bis ich einen neuen Schildgenerator kriege. Magazin leer! Was? Was? Haben wir denn jetzt hier irgendwann auch mal Ruhe? Wollen die den Großen? Och, hier ist sie. Kommt nur, geh Platz! Oh! Macht der die Bombe? Macht der die Bombe? Ja. Oh. Was? Ich muss ihn noch erinnern. Habt was gefunden? Erbitte Luftunterstützung! Keiner Trachtfrau! Nice! Weggelufen ist! So ein Ekel! Die Freiheit schlägt nicht! Die Freiheit schlägt nicht! Ach! 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 Worm verfolgt der nur mich? Ach! Geht doch! Ich hoffe, das war auch mein Verdienst! Oh! Das klingt die Zäugel hier hinten aber auf den Keks! Stress! Oh! Das ist schon der nächste! Das soll ja wohl alles ein Witz sein! Feierinricht! Hält der nur auf mich? Oh, natürlich! So kann ich mich nicht konzentrieren. Magazin leer! Treff ich den überhaupt? Der reagiert doch gar nicht. Naja, ich fühl mich hier so ein bisschen... Harnum, Missionsgebiet wird verlassen. Fuck! Was? Ey, der hat mich nur eh mal angehaut. Komm, davon stürmt man doch nicht gleich. Herr Stärkung! Aber an dem war doch was kaputt, oder? Da wurde mir auch kein Schaden einzeigt, weil normalerweise ist noch denn... Du bist außerhalb des Missionsgebietes. Ja, 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 ja. Bereit zu befragt! Steht der immer noch? Der beste Stärkere Box! Der beste Taktikpaket! Steht wirklich noch? Oh, war ich das jetzt nicht kaputt? Na, warte, ich hab noch einen Orbitallaser. Ähäähä. Erbitte Orbitalfeuer! Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, der ist ja richtig... ...nervtötend. Friss die Scheiße! Der Sackgesichter! Kommt hierher! Nein! Oh, jetzt ist der so weit weggeblieben. So ein Pämmer. Oh! Oh, oh, oh! Was ist denn jetzt falsch? Okay, mich hat's gleich mal ein Einzelteil zerlegt. Schön. Okay, also Helldive ist nicht ganz ohne. Fand ich, das bringt... Das hört auch gar nicht mehr auf. Fand ich, ist mein Schildgenerator ja schon wohl noch weg. Ich krieg' nen Anfall. Zeig' mir den Pfeil! Nee, friss' die Scheiße! In Deckung! Oh, oh! Schon wohl noch ein Aferluftschlag? Verstärkung! Oh, oh! Oh, oh! Das dreckt mich nicht! Geht doch auch nicht auf, ha! Na, geht doch! He, he! Oh! Die gönnen den aber auch keine Minute, ja! Ja, ist ja schon bloß an diesem Ochse. Ich werd' bekloppt. Ja, ist ja schon bloß an diesem Ochse. Ich werd' bekloppt. Ja! Äh... Das reißt hier nicht ab. Positioniere PIN! Nordwestlich! In der Nähe! Jetzt brauchen wir ja schon bloß einer. Oh, ich hab' schon, scheiße! Ich hab' schon wieder nachgeladen. Das fühl's zeitlich. Die Freiheit ruht niemals! Naja, das war zu eins. Dann will ich nicht ihn wegnehmen. Bin ja nicht so... Oh, aber der Rucksack braucht ja echt ewig zu nachladen. Das ist ja furchtbar. Was? Adler Luftschach? Jetzt schon bloß? Verämtet ihr mich? Ja, der macht das mal. Oh! Der ist schon bloß so ein Ochse. Das ist so richtig greifungslos, Leftster. Ach, wir müssen ja immer noch zu der blöden Pumpe. Scheiße! Sind jetzt irgendwelche Gegner? Ja, bitte Luftunterstützung! Magazin leer! Ja! 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 Verschwinder! Magazin leer! Natürlich muss ich erst mal nachladen. Ja, oder? Ja! 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 Inseligmat, wo zu dem Oh... Ich werde aber auch nicht kaputtopp in der Grempe. Wie ist der sich denn Nied hast du hingeln! Mann! Oh, na klasse. Zwei. Drei. Das wird ja noch mehr. Leute. Den schönen Grüßen. Von keine Ahnung wem. Nein. Oh, zwei habe ich gekriegt. Scheines Ding. Ich kann zumindest keiner sagen, ich habe meinen Teil nicht geleistet. Aber ich brauche dringend hier mal ein bisschen. Jetzt renne ich hier schon mit einer blühenden Pistole rum. Es reißt nicht ab, ey. Ich muss vor allem. Inseln. Näh. Ach, diese scheiße Tastendrückerei hier jedes Mal. Ey, ist ja wirklich schon wohl alles alle. Wie, das Ding schon mal kaputt immer? Er nimmt ihm nicht alles weg, lass mir rufen, was ich brauche, oder auch? Ach, Leute. Okay, wie ist das für meine Pistolen natürlich? Ein bisschen. Ja, lass mal. Vorrede brauche ich auch. Das ist mal übel frustrierend. Ich weiß nicht, die ganze Scheiße. Oh, ich habe doch eben nachgeladen. Was soll denn denn die Blödsinn? Probe gesammelt. Proben habe ich jetzt hier gerade Jacken. Nervs richtig. Aber ich brauche die ganz seltenen da. Na ja. Pass auf, Gleis bestimmt, wo er irgendwo durchbrucht. Ich bin am Terminus. Gut, mal nicht alle anlocken. Das ist gerade ein bisschen zu ruhig. Ich bin am Terminus. Lade nach. Dreckskäfer. Feindliche Patrouille. Südöstlich. Genau, ich sage mir doch bitte nicht, dass genau hier ein Backloch ist. Natürlich. Ich bin am Terminus. Natürlich ist der Grund. Ich hänge fest. Scheiße. Scheiße. Oh nein, ich habe mich vertuldet. Scheiße. Hier, verzeihendes Junge. Nein. Nicht schon wieder sterben. Fuck. Verschwindet! Nein! Natürlich sieht der Kredel auf mich los! Lauf! Die Magazine, die halten ja echt nichts! Natürlich, das ist alles schon wohl alle! Hier ist ein Wiener! Scheiße, ich brauche schon nachschuben! Die da hinten, die stehen da so dumm rum! Ah, Muni, nicht schön, Muni rum! Nee! Was heißt denn hier? Schon wunderschön, wie viel von den Riesenviechern kommt denn noch? Positioniere PIN! Südwestlich, weit weg! Boah, ih, das ist ein unsichtbar und krepelt, das ist ja richtig eklig! Was? Äh... Fenster in der Position! Nordwestlich! Naja, ich weiß nicht! Ich bin schon beim Eisturm! Was? Oh, Mann! Alles für unseren Wohlstand! Oh, Frust! Aber grundsätzlich kann man erstmal eigentlich sagen, die Jungs sind ja eigentlich auch nicht schlecht! Oh, natürlich! Dreckbeen, rennen wir nicht weg! Hallo! Genau! Perfekt! Näh! Näh! Vordere Verstärkung ab! Achso, die haben auch schnell leid, ich! Oh, ich fühl mich hier gerade so extrem gestresst! Magazin leer! Magazin leer! Magazin leer! Kommt nur! Nimm das! Wir benötigen ein Geschütz! Äh... So, jetzt klebst weh aber von denen! Oh, natürlich, die hat das gleich geput... Also, gut! Hier sind die Schütze immer vollkommen für den Eimer! Näh! Irgendwas weg! Wo ist denn der andere jetzt schon wieder hin? Äh... Verstärkung! Oh, raucht die anderen und noch! Oh, da will ich nicht und noch da aufgehen! Anfrage bestätigt! Verstärkung wurde losgeschickt! Ich seh ja nichts! Äh... Gibt's denn hier eigentlich ein spezielles Ziel, wo wir hinmüssen wollen? War das deins? Wolltest du das wohl haben? Mh... 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 Mach mal Rucksack, du bist jetzt. Oh, herz'n Dank. Das hab ich gebraucht. Jede Schuffler. Oh, iiih. Sind die auch noch unsichtbar? Äh, gibt's ein Ziel, wo wir hinwollen? Müssen? Habt was gefunden? Nichts nicht jetzt! Evakuierung möglich, sobald ihr bereit seid. Markiere Karte, östlich, weit weg. Gehen wir schon zum Abhauen, oder? Ja, bitte, Luftunterstützung! Ich weiß es nicht. Ich renne den Jungs einfach mal nachher. Oh, viel Leben haben wir nicht mehr. Positioniere PIN, südöstlich, 200 Meter. Was wollen wir mit Ding los? Mhm. Oh, wenn ich hier die Jensen-Jegenschwule an ihr rankommen sehe. Scheiße. Lauf, Kollege, lauf! Ah, diese ultra seltenen Brummen haben wir nicht geholt. Ich glaube, wir hätten da hinten nochmal hin gemüsst. Ich höre nur Gegner Okay, das sind nur kleinere Ist ja noch so weit weg Oh, es wird echt Zeit, dass hier Fahrzeuge in das Spiel kommen Und ich finde, die Waffen brauchen definitiv mehr Muni Das ist immer ein bisschen viel zu wenig Aber wenn du mal so eine ganze Rode isst mit den Stannerwaffen, kannst du dich ja ja nicht wehren Oh, da hinten ist das schon wohl einer Wer, westlich, 100 Meter Sag mal, fehlt hier nicht einer? Wo ist denn hier S3? Der kraucht da ernst hinten rum Okay Okay Jetzt zumindest mal für drei Sekunden mal ein bisschen Ruhe Oh, das wird mit Sicherheit nicht so bleiben Evakuierung verfügbar Was habe ich denn? Einem Adlerbomber Was? Orbital? Nicht verfügbar? Habe ich das schon alles allee gemacht? Erwartetastikpaket Ach Scheiße, da komme ich nicht hoch Wenn man jetzt wüsste, von wo die Gegner kommen Erwartetastikpaket Erwartetastik Ankunftszeit T-1 Minute 30 Sekunden Okay, einmal 500 Kilo habe ich noch Ja Ja, den haben wir auch Oh, mal gucken, dass ich richtig stehe Das habe ich das Team über den Augenballern Ankunftszeit T-1 Minute Sagazin leer Wie schmeckt euch die Freiheit? Markiere Position Südlich Rehe Ja, bitte Luftunterschäftung BK in Adler rein Oh, scheiße Fall bevor sein Schuss hier latscht Oh Was, da steht noch? Hehe Den habe ich schon mit meinem Pott erledigt Ankunftszeit T-20 Sekunden Oh, scheiße Wer? In der Nähe Ankunftszeit 10 Sekunden Das ist auch nicht viel Mit ein bisschen Glück Erledigt den der Nachschub Ja, so sieht das doch geil aus Komm, mach den anderen da hinten auch noch platt Oh, das ist schon der Nächste Oh, gerade so Aber schön So, da hat sich Glück Alle lebendig Nice Schickes Ding Schön, dass auch mal was funktioniert Was, wieso Evakuierung für die Schlamm Was ist denn jetzt falsch? Ich war noch drin Das verstehe ich jetzt zwar gerade mal überhaupt nicht Kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen Null Oh, es gab ein bisschen Belohnung Ja, von meinen viermal Die das bei mir jester Abgeschmiert ist Was genau an dieser Stelle Warte, ich wäre jetzt immer noch Glück Dass ich die einzelnen Erfahrungskammer Also gekriegt habe Aber wollen wir jetzt nicht mit Auf dem Schiff Warum das ist mir jetzt aktuell Eigentlich ein Rätsel Wir waren da drin Willkommen zurück Die Demokratie breit Okay Die haben wir noch richtig rasiert Gut Persönlicher Befehl abgeschlossen Okay Achso, 500 Termin können Nice Gut Leute, das war spaßig Aber ich will noch Dings spielen Na, habe ich rausgeschmissen Gut Da hängt das von alleine Oder ist der Heusseegang? Weiß ich nicht Aber ich denke mal Eher rausgeschmissen, oder? Obwohl, jetzt so schlimm war ich auch nicht Für das erste Mal War es doch ganz okay Ne, der Host hat das Spiel verlassen Gut Dann war es nicht meine Schuld Nett Schick So, und jetzt muss man mir Dann noch irgendein Robo-Fight anschauen Und dann hat man Mesen Spades mal auf Helldive gesehen Schick Aber die Missionen doch Die war eigentlich schon ziemlich cool War zwar stressig Aber zum Glück war die Truppe anständig Das muss man hier auch mal loben Schön Dit gefällt mich Juuut Dann kann ich ja jetzt Gleich mal noch Roboter starten Aber ich muss sagen Ja, solche Runden wie eben Obwohl das alles ein bisschen stressig war Und ich nur Naja Einen etwas kleineren Teil dazu beitragen könnte Das sind aber Genau solche Runden Da macht es dann richtig Laune Das hat dann schon Spaß gemacht Wenn du ein halbwegs vernünftiges Team hast Und das Ganze ohne Absprache Alles funktioniert doch so super Das ist schon cool Dit gefällt mir besonders an dem Spiel Und zum Glück ist es auch nicht abgeschmiert Der Überzerstörer ist Wollen wir mal gucken Kann ich noch etwas kaufen Habe ich ein schönes freigeschaltet Also hier hat sich ja nichts erändert Obwohl ich überhaupt nicht nachvollziehen kann Warum das immer noch 18 Stunden sind Bei mir war das gestern Stand schon dasselbe da Aber unten nehme ich doch hier ein bisschen Jut Hm Okay Ich glaube auf die nächste Seite komme ich noch nicht Da muss ich noch einiges ausheben Noch 43 Was hat man denn hier so schönes Den Anzug Na cool Da fehlen natürlich noch zwei Medaillen Danke Was haben wir hier für eine Geste Angeben Naja holten wir jetzt auch nicht vom Hocker Was könnten der hier nochmal Ach das Panzerung Ich habe immer das Gefühl Die Werte da Die spielen fast Ja keine Rolle Ich weiß mal auch nicht Oder wenn zumindest Nur minimal Die Helme Wäre cool Wenn die auch irgendwas könnten Kommt bestimmt später mal Weil aktuell steht der da Kein Zusatzboni Was haben wir hier Na hier Das ist alles nicht so Verringert die Reichweite der Feinde Die Träger entdecken können Ja so ein Ding habe ich auch gerade an Das macht irgendwie ja keinen Sinn Meins ist ja glaube ich noch ein bisschen besser Das hat Panzerungswert Äh 970 Wenn ich mir nicht auch So Was Kann ich noch etwas kaufen Plasma Ja Wer wäre Ich glaube auch jetzt praktisch Oder Rückstoßfreise Wer Ach ne Railgun war das Natürlich 10.000 Logisch Und die habe ich nicht Rückstoß Weiß Wer Das effektiv Gegen Fahrzeugpanzerung Ist Mhm Wollt ich das mal mitnehme Obwohl ich habe ja noch meinen Schildrucksack Ja Ne Nicht so passend Gut Dann warte ich noch Alles klar Dann versuche ich ja auch nicht selber eine Mission zu starten Sondern Hier mache ich es dann auch so Und springen bloß rein Hier sind ja auch noch Planeten Haben wir auch gesehen Mhm Ich habe mir das Gefühl Ich spiele schon seit Ewigkeiten Aber nur auf eh und derselben Gibt es denn hier auch irgendwo Kampagne Trauben hier Befreiungskampagne Haben wir noch eh ne Was die Kacke hier noch nicht durch ist Also Melle wollen Oh Melle W-Lon Krieg Meine Fresse Oder Melle W-Lon Krieg Keine Ahnung wie man das jetzt ausspricht Das geht aber auch schon Haltengefüllte Ewigkeit Was haben wir denn hier noch verteilen Wo ist die Totu Mache ich das mal Oh Wandelon Also ein Eislevel ist ja auch was hübsches Mache ich das Oder gibt es hier noch Das war Trauben hier Oder mache ich das hier Was ist Totu 3000 Bei Robotern sind gerade noch nicht viele online Hier sind 11.000 Ich lass mal schauen Da haben sie alles schon Jakim Bock Man denke ich mal Ich will den Kack Roboter Die werden jetzt bestimmt gerade alle bei Angels Venture hängen Mache ich Trauben hier Ich kann mich gerade nicht entscheiden zwischen der Eiswelt oder das hier Ich könnte hier auch meine Eiswelt nehmen Weil aus Totu das sieht genauso aus wie hier auf Fenrir und noch was Und die Ja das habe ich ja schon ein paar Mal gehabt Wollen nur noch vier Stunden Ach naja komm Ich leiste meinen Beitrag Schnelles Spiel So ich hoffe mal ich habe einfach Glück Und hoffe Ich kann in den Juts-Teamern rutschen Initiiere FTL-Sprung nach Das USTOTU-System Erstmal schön durch die Galaxie reist hier USTOTU Also ein und für sich war ich auf dem Planeten noch nicht Äh was ist denn das jetzt überhaupt für eine Mission? Missionskoordinaten festgelegt Äh ich weiß ja nicht mal was das jetzt für überhaupt für eine Mission ist Äh ist jetzt mal ein bisschen blöde Anti-Materie wäre Oder nehme ich hier Scheiße Was nehme ich denn da jetzt mit? Määäh Haben wir hier noch irgendwas? Radar Gut Oh Level 50 38 Na ja Muss ich hoffen dass die mich nicht rausschmeißen Ich bin mal spannend Wie lange die schon spielen Na ich hätte sich darauf geachtet Mein Controller vibriert Juh übelst jedes Mal Wollte ich ja eigentlich mal abschalten Weiß ich immer woller Es geht doch bloß auf der Batterie Okay Okay Äh 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 Man sieht man Erstmal Rucksack. Ich sehe gar nichts. Nicht auf mich. Ihr Schützt, mach mal was. Okay, ich weiß nicht mal was die für eine Sprache sprechen. Ja, ich will nicht auf mich. Ja, der Kunde wird auch was. Ich verstehe ja kein Wort. Ah. Gut. Englisch würde ich wenigstens noch vereinzelter Wörter verstehen. Ja, okay. Kenne ich auch nicht so eine Basis. Ich schmeiße ihn einfach gleich mal übel irre hier mit ein wenig 500 Kilo Bomben um sich. Ja. Was? Ich habe glaube ich die falsche Knarre dafür ausgewählt. Alter. Die Jena war sehr sorglos mit ihren Dingern rum. Lass uns nicht. Lade nach. Ähm. Oh, Scheiße. Ja. Ja. Ja, stressig. Gut. Ah, ich habe... Das dauert zu lange, das dauert zu lange. Scheiße. Oh, fuck. Äh. Amuni. Nett. Nett. Äh. Ach, das ist ja immer noch deiner. So. Vordere Unterstiftungswaffe. Erwartet Taktikpaket. Boah. Schon bloß zu früh nach hell an. Juni. 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 Das geht ja echt gut los. Wir wollen euch gegen ein Geschütz. Oh, wir ballern den jetzt schon wieder. Ist das ein Gegner da hinten? Oh, wir ballern den jetzt schon wieder. Ist das ein Gegner da hinten? Ich erkenne das nicht. Oh, wir ballern den jetzt schon wieder. Tatsache. Wer hört das denn auch mal auf? Oh, schon mal nach lang. Klasse. Aber müssten wir hier nicht mal eine Mission erfüllen? Hm. Ich weiss nicht so richtig wohin mit dem Ding. Wo platziere ich denn das am besten? Das muss ja irgendwo auch Sinn machen. Ja. Den jungen Marreler beleben. Aber was hat den weggeholzt? Ist das ein großer oder ein kleiner? Genau. So Leute, dann was macht ihr hier? Kann man die etwa einzeln anweisen? Oder warum stehen die da oben alle rum? Südlich. Ähm. Okay. Da hinten sind auch noch Gegner. Oh, die will ich jetzt mal noch nicht aufscheuchen. Sondern ich war bis hier gerade immer dunkler. Was ist denn jetzt mit dem passiert? Nein. Wollen die nicht loslaufen, oder was? Oh. Oh. Äh. Scheiß Planwerfer. Oh, 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 oh. Na klasse. Schicke ein Auto rein. Oh, jawel. Schicke ein Auto rein. Schicke ein Auto rein. Jetzt ist erstmal auf die Schnauze. Hier, jetzt ist schon alle kaputt. Äh. Oh, scheiße. Ich kann keinen Verstärker rufen. Wie wird es denn das jetzt hier schaffen? Oh. Oh. Verdammt. Oh. Ist das ein Panzer? Scheiße. Okay, der hat den schon. Äh. Oh. Oh. Okay. Scheiße. Der hat nämlich schon amüsiert, ja. Verdammt. Okay. Das Ding ist doch für ein Eimer. Hm. Ne, der wird es doch alleine nicht ruppen. Obwohl, wenn er noch 40 Sekunden durchhält. Ja, Zivilisten retten ist immer ein bisschen scheiße. Hättest du jetzt noch eine Abwehrstellung eigentlich gebraucht? Äh. Äh. 20 Sekunden. Hm. Aber der scheint das, der hält durch. Noch. Lass dich auch von dem Ding jetzt nicht erschlagen. Ah, okay. Gut. Ja, durchhalten. Schön. Anfrage bestätigt. Verstärkung im Mannmarsch. Oh. Ich hab's ja in den Kampen. Oh. Wie kam jetzt nur ein einziger? Ober, wat. Könnten wir nicht alle kommen? Oh, das ist ja ehrlich. Okay, müssen wir noch ein bisschen zugucken. Und was schießt denn der da? Okay, die haben alle Thesuera Gun. Verstärkung verfügt. Oh, noch eine Minute. Oh, der Lucid, ja der hält sich, der Gräper. Der hält wacker die Linie. Das Einzige, was ich immer komisch finde, ich meine, schafft man es ja auch irgendwann, dass die Ruhe einkehrt. Manchmal hat man echt das Gefühl, der kommt noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ja, der ist auch schon laut tot. Wenn ich den jetzt ruf, kommt der denn auch oder nur der oder dürfen alle mal ein bisschen mitspielen? Ich würde mich nicht wundern, wenn da gleich noch mehrere Shuttles ankommen. Uh, noch ein paar Sekunden. Toll, den darf aber auch noch nur noch. Wäre eigentlich cool, wenn alle kommen könnten. Verstärkung. Na, wer darf? Also ich nicht. Hier bewegt sich ja gar nichts. Schade. Bereits zum Vorteilssatz. Hm, toll, jetzt kann ich hier nur zugucken. Ist ja eierlich. Aber jetzt einfach rausspringen will ich auch nicht. Das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Vielleicht habe ich ja nochmal Glück. Sieht da überhaupt was? Die haben aber echt zu viele Adler. Ich habe doch gesehen, da kam doch schon mal ein Schiff. Noch 10 Minuten für die Mission. Erbitterer Vitalschlag. Erbitterer Taktikpaket. Das wäre cool, wenn es noch irgendwas gäbe. Damit man die Verstärkung dann noch ein bisschen... Dass es schneller geht. Dass sich direkt ein Boni reinhaut. Erbitte geschützt. Erbitte Luft und hast gesorgt. Jetzt schlägst du aber unbedingt, Kumpel. Ah, ne. Boah, das sind doch viel zu viele. Ich will mich jetzt hier nicht vordrängeln. Oh. 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 Scheiße. Hm. Fordere Verstärkung an. Jetzt seht doch nicht alle drauf. Oh. Ich darf. Äh. Ganz ungünstig. Wow. Ich bin doch gerade mal aufgetaucht. Natürlich ist es ein vierter Panzer. Die Freiheit schlägt nicht. Bei meiner Position. Scheiße. Äh. Ah. Ah, scheiße. Erbitte Luft und Verstöckung. Ah. Ah. Es ist viel nicht ge... Oh, fuck. Ah. 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 Aaaah. Ich muss noch kurz gegen den Ort part росс causaauten. Noch einmal kurz spielen und dann... muss ich natürlich vor so einem scheiß Panzer landen. Danke. Mmh... Na ja, zumindest noch ein paar XP mitgenommen. Also hier sieht man dann auch wieder, es läuft nicht immer rund. So hatte ich mir das jetzt natürlich nicht vorgestellt gehabt. Komplett wehschlagen, also Roboter sind immer schon so eine Marke für sich. Auch der eine war Level 11, ach ey. Ich brauche gerade mal 19 Gegner, ich bin ja auch erst bloß reingesprungen. Gut, aber ich probiere es mal mit einem anderen Team. Mal hier ein bisschen Abwechslung. Mal chinesisch oder was das auch immer war. Das ist doof. Also nicht chinesisch ist ja doof, aber die Sprache. Wenn du nicht mal ansatzweise ein Wort verstehst, das ist jetzt nicht so richtig. Aber jetzt habe ich doch noch ein paar Kröten, oder? Ja, perfekt. Und dann kann ich mir das Ding ja auch mitnehmen. Nice. Fleißig. Na okay, erstmal klarkommen mit dem Ding. Das hat ja glaube ich zwei Feuermodi. Immer safe und immer unsafe. Da musst du dann richtig an Zeitpunkt abpassen. Naja, bin ja mal gespannt, ob ich das so hinkriege. Schön. Ähm, will ich noch irgendwas ändern? Mal andere Klamotten anziehen? Äh, bringt mir eigentlich jetzt nicht so viel ohne. Kann ich... Oh. Ey, haben wir ja auch keine Medaille hinbekommen oder was? Achso, ne, wärmst du verkackt. Also kann das ja nicht funktionieren. Na gut, hier musste ich einen kleinen Cut machen. Da hat die Aufnahme ein bisschen versagt, ja. Ich habe mich jetzt hier sinnlos erstmal abgequatscht, ohne dass es jetzt hier drauf ist. Ja, ich hatte eigentlich eben in der Zeit noch zwei Runden gestartet, aber Video habe ich nicht gespielt. Also ich bin reingekommen, da war die Runde schon gerade in dem Moment zu Ende. Bin ich wohl auch raus. Also versuche ich es jetzt nochmal, ob ich irgendwo hinscheinen kann. Ich hoffe, ich kriege eine etwas längere Runde. Ähm. Einfach mal schnelles Spiel drücken. Ähm. Mal gucken, was da rauskommt. Missionskoordinat. Verbündeter Zerstörer im Geschwader. Aktiviere Orbitaldysen. Okay, Sesskiller. Orbit synchronisiert. Okay, jetzt schon mal los. Was spielen wir denn? Wie ich das hasse. Äh. Besprechung. Was spielen wir denn Roboterstreitkiffe ausschalten? Ich muss mich da auch irgendwie auf irgendwas. Äh. Äh. Das haben wir noch. Was anderes habe ich nicht. Was war das? Äh. Ja. Gut. Okay. Start initiiert. Und da bin ich ja mal gespannt. Weil wenn ich das sonst gemacht habe, waren wir nur zu viert und dann war das okay. Ach, da gibt es ja auch eine Trophäe. Wenn, äh. Genau das ganze Team darf keine Primär- und Sekundärwaffen abfeuern. Was sich in diesem Modus eigentlich am besten macht, wenn du, wenn du vier Mann hast und jeder hier seine Schützturme drauf baut, dann ist das nicht unmöglich. Ja. Irgendwo schön mit dich landen. 500. Ach du Kacke. Heute wird das Licht der Freiheit die Himmel dieser Welt noch einmal erhellen. Tja, ich weiß nicht mal wo ich was entstelle. Näääääää. Wir benötigen ein Geschütz. Boah, das hat... Willst du mich verarschen? Das ist... Ja bitte Geschütz. Was mach ich denn? Wir benötigen ein Geschütz. Ja. Äääh, ich weiß aber nicht so richtig wohin mit dem Ernst Scheiß. Mh, okay, der ballert auch rum. Natürlich hab ich jetzt keine gescheitenden Waffen dabei. Ich habe doch ein Auge, dass das Ding langer ist. Mh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, das ist schon sehr ungünstig. Oh. Eins hast du da unten die fetten, ey. Ich hätte doch was anderes einpacken sollen. Natürlich, noch mehr Schiffe, das ist logisch. all die Therapielbeherrhof. steige anscheinendenentionen, Oh Scheiße. Nein, nein. Ähääh. Ähäh! Na ja, warum mache ich denn jetzt keine Antwort. Wer notifications ist ja. Ähäh. Scheiße, 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 ist krass, okay, die müssen jetzt mit vier Mann starten müssen. Ja bitte geschützt! Anfrage bestätigt, Verstärkung im Anmarsch. Ne, dann habe ich den jetzt schadet? Boah, na klasse, ich habe doch super gelandet, nein, 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 ach, weil ich habe ich mich veräppelt. Anfrage bestätigt, Verstärkung ist unterwegs. Äh, okay, hier ist jetzt nichts da, oh, ey, 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 ich sehe ihn, ach du Scheiße, das ist ein Panzer, oh, kacke, das ist natürlich, alles ist weg, das ist doch jetzt nur noch Chaos, nein, ey, 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 das ist wirklich Ruhe, Scheiße, geht doch weg. Jetzt kann man aber auch nicht hinter den. Oh, wir sind jetzt schon wieder leer. Oh, ich sehe Scheiße, kacke. Was, erligiert von mir selber? Hm, war das jetzt ein Müll? Okay, die Runde ist einfach nur ein komplettes Chaos. Oh, stehe ich jetzt Cleveler vor dem Panzer? natürlich ist der klärer um hatten wir schon noch ansort scheiß von johann an. Fuck off! Okay, mach ein bisschen zur Ruhe, komm hier. Au! Äh, wir wollen mal hier hinstellen. So. Jo, schnell nachladen. Oh scheiß, Panzer hat mich schon mal gesehen. Wo ist der Panzer, wo ist der Panzer? Nein! Lade nach! Boah, stresst mich hier nicht so. Leute! Nein! Panzer, 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 Panzer. Oh, jetzt kommt, jetzt klettert der da nicht. Oh! Oh! Ach, war das jetzt ein Müll, Junge. Er bitte geschützt! Oh, du kommst aber auch übel schwer hinter dir, also wenn die keine ablenkt. Der scheiß Feuerturm. Oh, uns fehlen ja noch über 100. Wir benötigen ein Geschütz. Verstärkungsbudget bald verbraucht. Ja, aber vor allem bald, quasi jetzt. Anfrage bestätigt. Verstärkung im Anmarsch. Ah, das ist schon alles für zu stressig. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Wo steht denn das Ding? Oh, wir schaffen ja nicht mal die 400. Ja, das hätte man von Anfang an. Mit allen. Wenn alle Schütze stehen. Dann kriegst du doch die anfliegenden Dreck, die man da eigentlich an Zug kaputt. Das geht ja nur zweier. Anfrage bestätigt. Verstärkung im Anmarsch. Äh. Auf das Gesetz! Da oben ist der Stress. Okay, Mörser. Jetzt muss ich bloß gucken. Was hätte ich jetzt in der Kriege für eine 500 Kilo bei mir geben? Ich dachte, das haut so hin. Oh, da hat er noch ein Arme. Was halten denn die Dreckdinger aus? Geht doch. Haben wir noch irgendwas? Nein, nicht auf die Mine. Oh, ehrenhaft evakuieren. Scheiße, wenn ich wüsste, wo das Dreckding landet. Warte, Junge, da kann es nicht lang gehen, Kollege. Oh. Oh. Wir können uns wartet im Schwebeflug besser als ein, was in der Imakunungszone sind. Für die Demokratie. Zusätzliche Verstärkungsmittel genehmigt. Ordere Verstärkung! Oh. 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 Komm, 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 komm. Der muss bloß rinnen. Naja, wird nix schön, aber auch geschafft. Manu, 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 manu. Aber hier sieht man auch, so chaotisch kann es zugehen. Geh noch. Hintwesen, noch ein paar Erfahrungspunkte anpacken. Bisschen Kohlen mit in der... Naja, zum Schönen durch den Multiplikator bringt es jetzt das bisschen Geld noch ein bisschen, ordentlich was. Und noch acht Minzen, nett. Oh, neues Level habe ich auch gekriegt. Schön. Ja, ich habe das vorhin schon mal erwähnt, aber hier ist auch bei mir schon abgestürzt. Und nicht nur einmal. Dann hat sich das genau hier aufgehangen. Okay, noch funktioniert es. Na, er hat es, er hat es schafft. Naja, 49. War euch nicht ganz so kacke. Verbündeter Zerstörer hat Geschwader verlassen. Es ist immer schön, neue Helden zu begrüßen. Oh, hat der ja noch nicht gesehen. Schade. Ähm, bleib ich ja noch kurz in der Gruppe. Gucken, ob der noch eine neue Mission anfängt. Äh, Irgendwas Neues kaufen, kann ich nicht. Ich kann zwar eine Rüstung freischalten, aber das macht jetzt nicht für Sinn. Hey, die Rüstung habe ich auch. Ach, der hat mir besser an Helden. Wir wollen einen unserer Planeten einnehmen. Wir müssen ihnen helfen. Okay. Noch eine Runde auf die Eisplaneten, richtige Mission? Oder versuch der nochmal so eine schnelle? Verbündeter Zerstörer hat Geschwader verlassen. Ah, schon mal einer weniger. Das wird jetzt nicht so. Was spielen wir denn? Robotersteiltrifte ausschalten. Wir sind schon wohl im Nutzungsweg. Aktiviere Orbital. Das ist ungünstig. Du brauchst hier, Mann. Orbit synchronisiert. Mensch, hier riecht was los hier. Was ist er schon drin? Ah, verdammt. Der will wohl anscheinend nur ein bisschen fahren. Aber so kriege ich auch kein... Ihr dönts zusammen. Nee, diesmal mache ich es anders. Das war mich ja ganz zu blöd jetzt. Warum kann ich schon wieder nur drei? Verstehe man nicht, warum ich nur drei auswählen kann. Das ist total irritierend. Ich kann jetzt irgendwie nicht nachvollziehen. Ist das irgendwie bei den Dinger so... Ich habe kein Wort verstanden, aber egal. Naja, ich würde hier auch meine Dinger mitnehmen. Das war eben alles schon nicht so das Wahre. Naja, ich bin mal gespannt, ob das jetzt wohl auch so ein Chaos wird. Nicht unter Alkohol-Einfluss fahren. Naja, das sollte eigentlich logisch sein. Naja, ich stehe doch hier noch nicht so blöde. Heute wird das Licht der Freiheit die Himmel dieser Welt noch einmal erhellen. Wir benötigen eingeschützt. Jetzt fliegt das Ding... Ist das runtergefallen? Ich werde bescheuert. Steht das jetzt im Wasser? Oh, ich... Ich sitze manchmal nicht zu kotzen. Warum fliegt das immer weg? Darf das hier nicht stehen? Oh, ich kann kotzen. Oh. Okay, hat der mich einfach weggeklatscht. Danke. Das war ja jetzt ein Wurks. Natürlich bin ich im Wasser in Länden. Näh. Ja, erst mal... Ähm... Ich muss erst mal den Überblick finden, Junge. Ich kenne die Map ja auch nicht. Äh... Oh, schon blöde falsch. Herr Stärkung! Kann ich jetzt meinen Mörscher? Ne, der braucht jetzt natürlich ein Abklingzelt. Klasse. Herr Stärkung! Wo sind die denn hier eigentlich alle? Oh, ich muss irgendwie da hochkommen. Ähm... Ich musste mal zack, 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 zack. Schon mal ausgerüstet? Oh, scheiße. Ernst dumm? Ja, frisst das. Oh, Panzer habe ich schon gesehen. Ja, löschen. Na, dauert aber lange. Ich stehe aber auch total beschissen. Ach, Schublerpanzer. Na, klasse. Äh... Oh, ich habe Ohr auch gewischt. Mann. Ist so weit weg. Hm, Brandgranaten. Hier, frisst die. Was? Oh, echt? Jetzt, äh... Oh, deine Verstärkunger. Das war doch jetzt schon wohl laut Moks. Ja, also, richtig Müll. Anfrage bestätigt. Verstärkung ist unterwegs. Ehe. Nein. Aber natürlich ist er noch einer. Oh, das hätte ich den hier gewischt. Oh, oh. Ja, was soll ich denn machen? Ich stehe aber auch total beschissen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, das ist immer noch nicht abgeklungen. Ich kriege eine Krise. Oh, ich habe auch noch nicht mal mehr Granaten. Oh, ich habe auch noch nicht mal mehr Granaten. Was ist denn jetzt schon? Was ist denn jetzt schon? Ähm. Oh, die Muni ist immer viel zu wenig. Oh, ich habe doch gerade nachgeladen. Oh, ich habe doch gerade nachgeladen. Fahrstimmig. Wie viele wollen denn da noch kommen? Äh. Ja, so ist das gut. Äh. Ich soll wieder hochkommen. Oh, ich will doch nicht den Zeug jetzt alles kaputt machen. Oh. 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 Oh, Nachschub können wir auch nicht machen. Oh. Na, wo ist denn meine Bombe eigentlich? Das funktioniert ja irgendwie nicht so richtig. Na, geht doch. Mann! Das wird schon wohl alles aus. Wo ist denn eigentlich unser Obdaiens hinten? Na, klasse. Äh, wie viel Zeit haben wir denn? Komm ich ja irgendwo hoch? Verstärkung! Na, ob die anderen das verschaffen? Warte, wir wollen mehrere sind. Wer vergranacht hat? Fordere Vorräte an! Entschuldigung! Nein! In mein Bein! So eine Kacke! Ich hätte einfach rin gehen sollen! Zerreiz und befreit! Boah, was ist denn das jetzt so wie eine Scheiße? Boah, weil der da gelandet ist. Ich hab verploppt, hat der mich gelingen. Boah, ist das so ein Blödsinn zum... Die Freiheit hat sie gestärkt! Mhhh! Vor allem ist es ja mir schön auf dem Schädel gelandet. Und damit hätte ich als erster Rind rein können. Da warst du schon so freundlich, denn... So was! Ja, zum Glück gab's ja keine Ressourcen. Mhhh! Mhhh! Außergewöhnlicher Mut! Naja, ich besser nicht. Mann, 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 Mann... Da ist jetzt halt Müll! Wähw croah! Ich hab grad Schastellangst, dass das abkackt. Okay, wie stehe ich da? Viele Helden gaben heute für die Freiheit ihr Leben. Wir werden sie nie vergessen. Ich kann nicht nur diese Streitkräftekacke spielen. Also das da kaputt machen will ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Weil bei Robotermissionen ist mir aufgefallen, macht man das ziemlich häufig. Anscheinend spielen die Leute das da, um zu leveln. Keine Ahnung. Also das steht ja da recht fix. Aber ich brauche auch Ressourcen. Und das bringt mir da ja irgendwie herzlich wenig. Außer jemand hätte Zeit irgendwie außen rum zu rennen. Jetzt musst du erstmal schauen. Kann ich mir noch etwas leisten? Takti-Ausrüstung. Siehst du, jetzt könnte ich die ganze Zeit ja mein Kram hier nicht nutzen. Sperr. Was haben wir hier noch eigentlich alles? Schienenkanonschlag. Ein Hochgeschwindigkeitsschuss aus einem Schienenkanon. Das ist oft das größte Ziel in der unmittelbaren Regierung. Ja, das klingt doch auch nicht so doof. Ah ja. Ist noch eine ganze Ecke, was ich hier freischalten muss. Warum ist da jetzt kein Haken dran? Aber ist das frei? Verstehe ich gerade nicht. Kann ich mir das gar nicht leisten? Fehlen die Mittel. Ja, steht ja auch da. Ha. Okay. Ach siehste. Aber jetzt kann ich doch langsamer verloren. Kann ich mir ja noch spaßhalber mal die olle Rüstung da holen? Wie viel brauche ich? 43 muss ich ausheben. Hm, Kampfmeister. Nee. Brauchen wir nicht ausrüsten. Nämlich die Geste. Ja. Ja, nee. Brauche ich nicht. Oh, was kriegen wir denn hier als nächstes? Eigentlich schönes. Erhöht die Ausdauerkapazität und wiederherrscht in aller Heldalvers. Ja, das klingt erstmal nett. Übercredits. Für mich aktuell unwichtig. Ich habe doch immer noch 1500. Was haben wir hier eigentlich für eine Waffe? Scharfschützen. Diligenz. Leichte Panzerdurchdringung. Ja, ein bisschen mehr Durchdringung könnten die alle haben. Damit man vielleicht auch, wenn es ein bisschen Muni kostet, auch mal ein, sag ich mal, mittelgrößere, eine bessere Chance hat. Weil du kannst ja nicht jedes Mal irgendwelche Raketenschläger, wie es ja geil wird, nehmen. Und die Railgun kann es ja auch nicht sind, dass es nur die ist. Ähm, gut, 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 gut. Okay, das haben wir, das haben wir. Ja, da mache ich noch eine Runde bei den Bugs. Also zumindest versuche ich es. Mal schauen, was dabei rumkommt. Ja. Gut, 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 gut. Dann wollen wir mal. Zumindest kann ich aktuell sagen. Gut. Es ist zumindest heute mal nicht abgekackt. Bin gut. Vielleicht lag es auch einfach nur, wo ich erst in den Ring gesprungen bin. Vielleicht hatten die schlechte Verbindung oder schlechte Server. Keine Ahnung. Aber was mache ich denn da jetzt eigentlich? Angel's Venture? Hm, noch 100... 78.000? Meine Fresse. Na ja, die wollen alle die kleine Belohnung. Aber da ich meinen Dienstwollen schon geleistet, ich möchte ja auch noch andere Planeten sehen. Traurige Fenrir 3 rum. Ja, aber... Schnell spielen, mal gucken, ob ich ihn finde. 36.000? Na ja, könnte was dabei sein. Na, schauen wir mal. Gucken, was sich hier so ergibt. Was ist das da für ein Symbol? Effekte? Kenn ich das? Mit dem Ohrschlag? Aha. Initiere FTL-Sprung nach das Fenrir-System. Hm. No, no. Sprung abgeschlossen. Äh, okay, was dick ist. Laser ist nie verkehrt. Die Schütze lasse ich ja diesmal weg. Das hat man bisher nie so viel gebracht. Und noch einen Rucksack. Nehme ich den Rucksack mit? Ach, ich wollte noch mal meine Railgun testen. Ach komm, machen wir so. Was haben die schnelles Laufen? Moment. Reichtweite. Nein, das ist unwichtig. Warum kann ich das denn nicht nehmen? Und dann bin ich mal gespannt, wie weit die schon gespielt haben. Im Kriegen bist du weniger anfällig für Explosionen. Aha. Ich liege eigentlich fast nie. Und kein Wunder, dass ich ständig draufgehe. Alles klar. Oh, ich hoffe, hier ist gerade mal kein Chaos. Gut. Ach, die haben, die haben erst angefangen. Oh, nett. Klasse. Mensch. Ich wollte doch auch bloß... Na komm. Oh, das erste Mal Railgun nutzen. Bin ich mal gespannt, wie das blöde Ding sich macht. Mach ich das jetzt auf sicher oder unsicher? Gute Frage. 에는. Na, bleibt doch mal stehen. Wie jetzt so? Ach so, ich muss ja erstmal nachladen. Stimmt ja. Natürlich ist da ein Bach, äh, ein Backloch. Oh scheiße, da liegt schon wohl auch so in den Ochsen. Ich hasse die Viecher. Nääääh. Ja. Oh, Nachladen hab ich. Nein. Ach, ich. Ach, schön. Er seid ihr hechtet. Ach, diesen Nachladerein. Er muss mich erst jetzt reinigen. Nääääh. Warte, Gleifler, Nachladen. Auch schöner Mond im Hintergrund. Habe ich jetzt schon mal eingetreten? Ja, das... Natürlich ufert das jetzt hier gleich schon wieder aus. Ich bin auch noch nicht mal angekommen, Leute. Oh, jetzt rotzen die mich jetzt die ganze Zeit. Na, lad doch nach, Junge. Oh, Wahnsinn. Hat ja richtig viel gebracht. Oh, jetzt reicht's mal. Genau. Ja, ihr Luschen. Geht doch alle weg. Ich bin nur noch allein. Sind die alle abgehauen? Hat die Kimo? Ja, das... Ja, das ist ja klasse. Näääh. Ääh, schmeiß ich mal so eine SOS-Backe? Oh, ich... Achso, ich muss die auch schmeißen. SOS! SOS! Park außen, Posten entdeckt! Vorbereiten auf Vernichtung! Ääh. Börse in der Nase! Hilfe! Nein, 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 nein! Geh weg! Boah! Ekel! Anfrage bestätigt. Verstärkung ist unterwegs. Bereits am Vorteil sein! Ich bin ja noch zu Janschen, komm! Ach! Ääh, dabei ist der Planet eigentlich ziemlich schön. Komm, das kriegen wir hin. Ne, lauf doch! Ich wollte ja... Er hat gerade eben noch einen Kahn hatten. Okay, das haben wir auch. Wegrennen, wegrennen. Erstmal wegrennen. Ääh. Orbitalschlag macht hier Sinn. Geht doch alle weg. Oh, und da drin noch mehr. Fallen überall diese hessischen Rotzkäfer da. Verfolgen die mich noch? Oh, dann habe ich schon mal kurz ein bisschen Ruhe. Hat was gefunden! Oh, oh. Natürlich hing der jetzt nicht kaputt. Ah, was... Natürlich. Impact-Durchbruch. Das habe ich jetzt überhaupt... Erbündeter Zerstörer nun im Geschwader. Helldiver, Einsatz im Kampfgewicht. Was ist denn hier eigentlich meine Mission, Mensch? Ich weiß auch nicht, was ich hier machen muss. Ich grauche ja sonst immer rum. Ähm. Ach, ich bin ja auch gar nicht so falsch. Ääh. Okay. Okay. Wissen wir es hier? Erstmal eingesackt. Ääh. Okay, faszinierende Datendrehung. Oh, der Orbitail-Laser war auch immer noch ewig. Was ist das jetzt? Der Kometen-Einschläge ist. Na, klasse. Okay, es kommen wohl mehr. Schon mal nett. Oh, nein. Nicht so ein Achsel. Oh. Das ist schön, dass du eine Probe hast, ähm, Kollege. Der lässt mich noch nicht so gut gemacht, wie er mich verfolgt. Nein. Oh, zu spät gesprungen, Scheiße. Oh, ich konnte noch nicht mal meine Waffen neu... Ich hab doch springen gedrückt. Äh. Okay, die sind schon am Abhauen. Oh, mir geht es aber auch nicht besser. So richtig elan. Auf das, die haben mich gerade ja auch nicht. Ich will sie einfach nur nachtöten. Näh. Oh. Geht doch alle weg. Ja. Ums. Naja. Oh, natürlich. Gleich in die Arme von den Näschen heran. Und ein Wackdurchbruch. Logisch. Ach so. Ich dachte, es war schneller keiner mehr da. Äh. Ach so. Bleh. Äh, hier kommt ein... Nein. Ach. Also die Runde ist doch jetzt schon eigentlich komplett für eine Tonne. Verstärkung. Ja, wenn ihr jetzt nicht noch ein paar richtig Shooter rinkommen, wird das hier das blacke Desaster. Anfrage bestätigt. Verstärkung im Anmarsch. Verbündeter Zerstörer nun im Geschwader. Äh. Im Kampfgebiet. Was ist denn so los? Knarre ist die hier. Näh. Ich habe echt keine Knarre mehr. Wo ist meine Knarre? Ist das jetzt ein Fehler, oder was ist hier falsch? Ey. Alles ekel. Hau ab. Freihalt. Fett auf. Der steht ja immer noch. Sag mal, veräppelt der mich? Schwader, Felddiver-Einsatz im Kampfgebiet. Näh. Da ist doch meine Knarre. Äh, laufs doch. Laufs. Spring. Nächstes ja auch nicht meine Knarre. Scheiße. Boah, das ist ja eine Wusel. Boah, jetzt sind ein paar Leute da. Gut. Aber wo jetzt meine Knarre war, wäre es okay nochmal. Mann, oh Mann, oh Mann. Wo bin ich denn jetzt zu landen? Schaffe ich denn jetzt auch mal ein bisschen was hier von meinem... Quark zu rufen, ja? Müssten ja eigentlich mal ein bisschen Ruhe rinkriegen. Oh nein. Geh weg. Oh, hier. OVITAL-Laser. Oh, frisst das. Hat ja jetzt schon immer Verstärkung gemacht. Stimmt denn hier mit meiner Knarre nicht? Formiert denn das jetzt schon oder nicht? Jetzt funktioniert ja gerade gar nichts. 200 Meter. Ich kann doch irgendwie jetzt mein Menü zum Aufrufen nicht mehr machen. Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Hier ist doch ein wirklich ein Fehler im System. Wie soll ich denn da meine 500-Kilo-Bonde rufen? Aufnehmen kann ich auch nichts. Was ist denn jetzt hier falsch? Das hältst du nicht aus. Deswegen sind die anderen wahrscheinlich auch außen spielend. Vielleicht hätten die dasselbe Problem. Das war uns verpackt. Oh, natürlich ist der Spoiler. Wisse, ich habe keine Knarre. Ich kann mal hin. Oh, es wird nicht für mich so richtig stressig. Genau. Oh, ist das ein bisschen. Na, Bombe? Oh, schön. Da hat er genau in dem Moment weggeschaltet. Das ist doch eine Scheiße jetzt gewesen, ja. Kriege ich denn jetzt nochmal meine Knarre, will er, oder? Hä? Ich habe nur die. Warum habe ich jetzt die anderen Knarre nicht? Rägen, brauche ich noch kurz. Das ist doch scheiße. Neues Magazin. Ne. So kann er keiner ordentlich spielen. Natürlich. Jetzt muss ich mich hier in die ganzen Viecher mit meiner kleinen Pistole herumereignen. Wo schmeißt du es hin? Das hier muss ich nicht, warum ich keine Knarre habe, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Wie soll man denn da kämpfen anständig? Wie funktioniert das mit Umschalten und Unsicher? Da musste man die ja irgendwie sehr ernsthässig aufladen. Achso, muss ich ja gleich mal noch nachladen. Jetzt kann... Jetzt habe ich nicht mal mehr meine Pistole. Stimmt eh mit dem Game nicht. Ich denke, der macht es immer auf den Größeren. Oder? Okay. Äh. Was? Oh. Okay, also die Runde, die kannst du ja mal so richtig in die Tonne treten. Aber ich will jetzt nicht abholen, weil die ganzen Leute... Nein. Ach, jetzt habe ich noch meine Knarreuble. Danke. Na cool, jetzt stehe ich schon... Ach, scheiße. Scheiße. Was? Ich schaue da unter dem. Werden ja das immer. Aber ihre Körper werden ersetzt. Und ihre Lust verwunden. Oh, das war ja jetzt hier wohl ein typisches Beispiel davon, dass das Spiel nicht so hundertprozentig rund läuft. Cool, da hätte ich jetzt einfach keine Knirn. Ich würde nur interessieren, ob die anderen auch dasselbe Problem hatten, weil die sind ja dann alle auch ratzefasswoller weg gewesen. Naja. Bisschen die Credits mitgenommen. Für mehr hat es jetzt nicht gerecht. Verbündeter Zerstörer im Geschwader. Ja, das war jetzt alles für die Tonne. Ja, alles schön und gut. Ich werde das aber nochmal neu starten. Also gehe ich erstmal zurück zum Schiff. Achso, der ist ja auch mein Schiff. Ja, sorry, tut mir leid. Aber dann schmeiße ich dich mal kurz raus. Wo kommt denn der jetzt schon mal her? Ich will doch nur mal kurz meine Ruhe haben. Sorry, Leute, aber das war jetzt nicht böse Event. Also ich muss erstmal kurz Ordnung hier hinbringen, ja. Das war ja jetzt so wohl auch so ein bescheuertes Chaos hier. Kann ich hier irgendwas freischalten? Nö. Ich wollte eigentlich bloß diese ganz selten Ressourcen, damit ich das hier mal fertig machen kann. Und nichts klappt hier. Nur die erste Runde. Die war okay. Da lief's. Das hat gebockt. Und jetzt hier. Alles Müll. Aber alleine eine Runde starten. Na gut, da kommt bei mir nicht viel bei rum. Ja gut. Fünge. Das bringt nichts. Also versuche ich's nochmal irgendwo hin zu joinen. Na, probieren wir's nochmal. Aber diesmal nehmen wir an anderen Planeten. Damit wir eine leichte Abwechslung haben. Und Retter Brian. Na, hier waren wir ja schon mal. Guck ich's da nochmal. Da sind so viele. Ja, warum? Mal gucken. Ah. Ah, jetzt bin ich immer spannend. Ob die starten schon? Äh, ich komme. Hallo. Äh. Na gut. Feiert schön. Okay. Mhm. Naja, vielleicht. Eigentlich ja Glückwunsch wird lustig. Was, wie ist das? Sind jetzt der Name gesteuert von ab 1, 0, 3, 8, 5, 9, 4, 1, 4, 2. Okay. Na, jetzt bin ich immer spannend, was das für eine Mission hier wird. Oh Gott, ich weiß ja nicht mal. Was müssen wir machen? Wie wär's hier? Ach, Puppenaktivion. Na ja. Wie wär's hier? Okay, definitiv. Okay, definitiv das. Ähm, definitiv ein Orbitallaser. Das nehmen wir mit. Und mein Schildgenerator. Das klingt nach einer spitzen Kombi. Tja, machen wir da. Hm, 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 hm. Oh, dieses Item, zusätzliche Item, da kenne ich auch nicht. Aber die anderen, die sollten eigentlich in der Theorie mehr haben als ich. Und will der da keins aussuchen? Das ist schon mal blöd, wenn da freie Plätze sind. Smarter keins sind. Oder wartet ja bloß, was der andere macht. Ja, komm, du wirst doch noch ins... Ah, schön. Haben wir doch eine ernsthälte Mischung. Helportstart initiiert. Din, di, 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 di. Oh, ich sehe hier gerade, ich bin ja sehr mit dem niedrigsten Level. Oh. Na gut, ich habe trotzdem denselben Mist wie die anderen. Also, spielt das ja keine Rolle. Hm, hm, hm. Oh, die anderen haben mehr Erfahrung. Oh, wenn ich das schon wieder vor mir hinruckeln sehe. Oh, nein, natürlich. Mit so'n Schiss, Schisseslist. Äh. Äh. Okay, für den Fall, ich sollte draufgehen. Aber ich weiß noch, was ich mache. Fuck, Tunnel Durchbruch! Oh, fuck. Ich könnte zumindest zum Vollöcher auszumachen, so eine Scheiße. Da bin ich aber ideal gelandet. Oh, das ist so. Er findet stärkere Waffen! Was? Oh, nein. Oh, ich sagte doch, ich bin Magnet-Fleet-Dinger. Das kann nie geworden sein. Mann, ey. Ich habe nicht mal richtig meine Waffen gerufen. Boah, der Waffen! Nee. Bleib doch schön stehen. Das hält's nicht aus. Ich kann nicht mal meinen Generator abholen. Wie lange braucht denn der, bis er da landet? Boah, das sieht schon prima los. Ne? Oh, nee. Falsche. Mensch, ich will... So, jetzt sieht man meinen Scheiß. Mann, Stress, Junge. Junge, Junge, Junge. Oh, man sieht gleich schon mal. Der erste Ochse. Wo sind denn jetzt hier eigentlich alle hin? Die haben sich erstmal kreuz und quer. Du, Scheiß, mich auch noch überneufallend. Oh, so eine Kacke aber auch. Okay, gut. Ich habe jetzt keinen von den anderen gekillt. Adler 1 muss weg und aufstocken. Die Viecher sind viel zu widerstandskräftig. Selten eine Probe gesammelt. Junge, Junge, Junge. Jetzt ist jeder drauf. Freiheit für immer! Äh, genau. Erst mal gucken, wo die hier alle hin sind. Mensch. Ich habe jetzt keinen Überblick mehr gehabt. Das ging aber viel zu stressig los. Ich höre... Na? Scheiße, ich muss den Nachlagen verheißen. Ich muss nur... Och, cool. Ich komme nur die nächsten. Oooo. Ich kriege hier schon mal einen Anfall. Das ist der Orbitalfeuer! Nähäh. Das Blende-Fieldver braucht mir aufs Rennen. Nähäh. Naja. Ihr macht euch da ruhig mal ein bisschen rum. Nuhu. So, jetzt erstmal brauche ich aus der Grube rauskommen, ja. Sind. Ist schon bloß so ein Riesenvieh. Habe ich irgendwas gescheitert? Nee, halt, warte mal, ich gehe jetzt gleich an. Okay, der hat ihn down. Okay, krass. Hm, wer ist stumm? Oh, ich bin ja nicht so. Was ist wohl denn du schon da? Ich wiss auch nicht, ich renne die hier einfach nur so hinterher, ich wiss auch nicht, was hier... Määähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähäh Ah, die stehen auch alle unter Stress. Okay, der hat seine Bomben gezündet. Siehst du, mein Schild habe ich ja auch schon wohl auch nicht mehr. Äh, scheiße. Ich sehe hier nichts. Oh, natürlich. Äh, darf ich eine 500-Kilo-Bombe? Das ist eigentlich für zu schade, aber... Oh, nein. Nein, bleib doch da hinten. Alle eins muss weg und aufsteigen. Okay, ja, nur weniger. Oh, ich weiß ja nicht, auf was ich zuerst schießen soll. Äh. Das kleine Clem-Fliezeug muss ja hier auch noch rumkrauchen. Oh, ich finde hier keine Ruhe gerade. Oh, natürlich. Und die sind alle da hinten. Das kann nicht wahr sein. Danke. Das hält's nicht aus, ja. Ich sag doch, für die Fuzzis bin ich wie ein Magnet. Ich weiß nicht warum. Äh, Panik. Waffen habe ich jetzt auch keine Scheiben. Natürlich. Lauf. Ach, scheiße. Das ist ein Achschubberzwang überhaupt. Warum rennen die nur alle nur mir hinterher? Verarscht ihr mich hier? Das kann doch unmittelbar ernst sein. Das ist, das kann doch nicht Sinn. Äh. Äh. Ja, warte mal jetzt. Das ist ja auch fast ein Dicke hier. Ja. Ja, Arsgeier. Wir werden die Luft unterstellt haben. Oh, das sind ja drei. Natürlich stehen da noch mehr. Ich brauche Muni. Und renne. Ja, was ist das? Nein. Ist der Leserwesen neu gestartet? Ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Was hat der denn da für eine Waffe? Der hat die so easy weggekillt. Oh, das ist gesetzt. Magazin leer. Noch 30 Kilometer für die Mission. Ich bin getroffen. Äh. Nein, boah, ich sag doch. Ich hab ja. Ich weiß nicht, was die Viecher an mir gefressen haben. Ey, das kann nicht wahr sein. Das hältst du im Kopf nicht aus. Aber guck doch mal an, wie die da alle so chillig durchrenkeln können. Okay, der hat das selbe Problem. Oh, Mann, oh Mann. Das ist wohl so eine perfekte, absolute Mega-Chaos-Runde. Aber ich weiß nicht, haben die ihre Ausrüstung? Ist da irgendwas so was von diesen... Verstärkung! Die Fuzis nicht so dolle verfolgt. Manchmal kann ich das nicht nachvollziehen, ja. Anfrage bestätigt. Verstärkung ist unterwegs. Ich bin doch gerade erst aufgetaucht. Lauf doch weiter, du olle Achse, Junge. Das kann doch nicht wahr sein. Oah, das hältst du doch nicht aus. Was? Oah. Das ist doch nicht dein Armspiel. Warum ist das denn nicht downing gegangen, als ich drauf landet bin? Mann! Das war nicht meine Absicht. Oh, Gott. Ah. Ich will erst mal hier wohl auch. Na, nochmal, ich nischt. Der holt mich sonst cleverer. Mann! Oh, da ist er schon mal immer. Oh, ich kann's nicht mehr. Diese Dreckbähne. Das kann doch nicht wahr sein. Das bleibt mir doch von der Pelle. Was habe ich wirklich getan? Was für eine Verletzung! Oh, das ist schon mal der Nächste. Oh. Ah, Stress, 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 Stress. Ich höre hier auch nur Backtunnel-Durchbruch. Was hat das denn hier nicht gekillt? Scheiße. Boah, schöner nehmen wir sie mit. Ach so, der Scheiß, bei dem musst du mal ja aufs Bein schießen. Ach. Warum? Missionsgebiet wird verlassen. Mh. Oh, das ist hin der andere davor. Ach, irgendwas ist doch immer. Können wir hier irgendwo was Sinnvolles machen? Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist denn hier eigentlich unser Hauptziel? Ja, ja, und hier sind sie aber rum. Und die Nächsten sind es hin. Warum denn immer gleich zwei? Reicht denn nicht eh noch? Reicht denn nicht eh noch? Weg. Oh, wie viel von diesem Dreck hier funksiert man hier noch? Äh. Nein, 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 nein. Ja. Schmeiß ich den jetzt? Scheiße, nee. Was? Boah, das fliegt, treffe ich nicht. Cool, wenn ich das in irgendwelchen Videos sehe, ist, äh, die machen da eh einen One-Shot. Oh. Ah, ich den erwisch. Okay. Und schon will er. Äh. Jut, 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 jut. Was? Ey, ich hab das so abgefeuert. Och, Mann, oh. Das kann doch gar nicht Sinn, der war doch mal ja nicht voll Öffelan. Naja, ich will mal Zeit, einen Schluck zu trinken. Ey, diese Stürmerfuzzis sind scheiße. Das sind viel zu viele. Ah, there are too many fucking Chargers. Bereit zu befragen? Oh, natürlich. Ja. Hallo, Kumpel. Ey, bitte Luftverstückung. Nein, oh. Ich bin noch gesprungen, das kann... Wo ist die Bombe? Ja, also, die Runde ist so richtig bekloppt. Ah, ich bin's gefecht. Genau, ich hab jetzt wohl noch nischt mehr. Und halt, ist schon wohl noch... Oh, hier kannst du ja hingehen, wo du willst. Komm an, da, da, da. Und ständig wird mir einer rückenfallen. Und, äh... Boah, ich glaub, es hat hier nur Dreckgeber. Ich hab nichts. Oh, nein. Stirb doch. Das gibt's so nicht. Steht da immer noch? Scheiße, jetzt brauch ich schon mal Nachschub. Äh... Scheiße, hier funktioniert aber nischt. Okay, da hinten ist Scheiße, da ist Scheiße. Und ich hab nischt, was ich jetzt... ...schmeißen kann. Kacke. Boah, Regenbau... Nein, das ist schon mal der Nächste. Kannst du doch erzählen, was du willst. Das ist doch... Übel. Nein, geh weg. Dazu springe ich eigentlich. Die erwischen ihn ja doch jedes Mal. Okay, der andere, der ist die Nerven. Okay, die Runde, die ist ja auch wirklich für eine Tonne. Okay, also, irgendwas rauschrugt, aber nicht mehr. Ah. Ja, komm, noch ne abschließende Bombe hier zum Schluss. Äh... Hier. Ja. Erhinderten. Oh, stimmt, der lebt ja noch. Huch. Natürlich rennen die alle weg. Ich bin der Einzige? Ach, ich bin der Letzte, der da ist. Äh... Na gut, der ist die Müslung jetzt sowieso gleich erledigt. Na, der wird Waffe rufen, weil ich wohl nicht hingehen. Alter. Oh, natürlich. Der stand doch eben noch ja nie da. Oh, 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 oh. Also, mehr Chaos ging ja gar nicht. Also, das sowas hier ist dann schon wohl übertrieben mit diesen 20.000. Ich weiß nicht, was die... Äh, nee, war noch? Nee, Sturmoglose? Äh, das kannst du doch voll knicken. Das geht ja ja auch nicht. Also, für Mist kannst du ja ja auch nicht mit dir rumschleppen, ey. Firechild. Jetzt kommt der Woller, oder was? Vorhin ist er wohl abgehauen. Hm. Der Galaktische Krieg braucht Sie. Ja. Auch gerade mal 60 gekillt, ey. Neues nicht viele. Ach, gut. Okay, weil ich merke, das wird ja heute wo einfach nur im Borenchaos bleiben. Ich da... Ach, je ich davon aus, würde ich schon sagen. Total dumm. Ähm, ja, man hat mal ein paar Runden gesehen. Man hat quasi aus meiner Stinknorme, also Verbrauchersicht, einfach mal mitbekommen, dass das so abgeht auf Helldive, also auf dem Schwierigkeitsgrad. Und sieht, es ist streckenweise extrem stressig. Und du brauchst schon ein sehr starkes Team. Und dann bin ich in der ersten Runde, hatte ich anscheinend Glück, weil danach... Es war ja nur noch Chaos. Natürlich ist es richtig schade. Tja, meine Ressourcen, die ich eigentlich wollte oder gehofft habe zu bekommen, habe ich natürlich nicht. Naja, gut. Irgendwann soll ja mal ein Upgrade kommen. Ach, Upgrade, mehr doch eigentlich schon. Mit Mechs und mal Fahrzeugen. Ich denke mal, da werde ich dem wohl das nächste Mal vielleicht ein Video machen und sonst hier weiter nur so zwischendurch ein bisschen spielen. Ich wollte das nur mal zeigen, wie das so aussieht, wenn man halt mal so ein bisschen rinspringt. Mit einem richtig geilen Team ist das bestimmt gut, aber so etwas unkoordiniert habt ihr ja gesehen, das reinste Chaos. Alles klar, dann würde ich einfach an der Stelle sagen, dann, ja, verabschiede ich mich und dann eventuell irgendwann mal bis zum nächsten Mal. Adieu.